Die Nikobaren sind eine zum indischen Unionsterritorium an Damanen und Nikobaren gehörende Inselgruppe im Golf von Bengalen. Sie haben eine Fläche von insgesamt 1841 Quadratkilometer und 36.819 Einwohner. Davon sind 65 Prozent, also etwa 24.000 einheimisch. Der Rest stammt meist aus Indien, nur zwölfe der 22 Inseln sind bewohnt. Geografie Die Nikobaren liegen über 100 Kilometer südlich der Inselgruppe der Andamanen, über 600 Kilometer westlich von Malaysia, ungefähr 200 Kilometer nördlich der indonesischen Insel Sumatra und über 1300 Kilometer südöstlich vom indischen Subkontinent. Im Norden erstreckt sich entlang dem 10. Breitengrad die 10 Grad Straße und im Osten die Andamanensee. Im Nordosten beginnt der Golf von Bengalen. Die Inseln sind in drei Gruppen angeordnet. Die Nordgruppe Die Südgruppe Die Inseln sind bereits seit prähistorischer Zeit besiedelt. Die einheimische Bevölkerung spricht verschiedene nikobarische Sprachen. Der Name nikobar stammt wahrscheinlich aus Beschreibungen der tamilischen Kola-Dynastie, bedeutet auf tamilisch nackter Mann und ist für 1050 n. Chr. nachgewiesen. Erste Hinweise auf Handel mit den Inseln lieferte der Chinese Yijing im 7. Jahrhundert. Der arabische Händler Suleiman hält auf seinem Weg nach Südsch eine im Jahre 851 seine Beobachtungen fest. Arabische Schiffe tauschten Nahrungsmittel mit Eisen und Stoff, aber auch mit dem sehr wertvollen Ambra, das bis nach Burma und China gehandelt wurde. Auch burmesische und malayische Schiffe fuhren die Nikobaren an. Ryan Drei, König des tamilischen Reichs der Kola, dehnte zwischen 1014 und 1025 seine Herrschaft auf die Nikobaren aus. Ab dem frühen 16. Jahrhundert verkehrten europäische Schiffe auf den Routen des Gewürzhandels im Golf von Bengalen und liefen die Inseln an, darunter portugiesische Schiffe von Malacca, die auch Missionare brachten. Im April 1602 erreichte die erste Flotte der britischen Ostindien-Kompanie unter der Führung von James Lancaster die Nikobaren, bevor sie weiter zu den Molukken fuhr. Kolonialzeit mit Dänemark erhob die erste europäische Kolonialmacht Ansprüche. Die dänische Ostindien-Kompanie versuchte ab 1754-56. die Inseln wiederholt von ihrem indischen Stützpunkt Trankebaos zu kolonisieren. Durch den Ausbruch der Malaria wurden die Versuche immer wieder unterbrochen. 1784 bis 1807, 09, 1830 bis 1834 und schließlich ab 1848. Die Nikobaren waren schließlich die letzte Kolonie Dänemarks in Südasien. Im Zusammenhang mit den dänischen Kolonialisierungsversuchen befand sich dort von 1768 bis 1787 ein Mission-Stützpunkt der Herrnhuter Brüdergemeinde. Für diese Zeit wird der ausgeprägte Handel zwischen den Inseln erstmals durch Europäer belegt. 1778 erhob die Triestiner Ostindischen Handelskompanie Ansprüche auf vier nikobaren Inseln, die zu österreichischen Kronkolonien erklärt wurden, wobei Dänemark seine Ansprüche nie aufgegeben hatte und Protest einlegte. Eine nikobarische Insel, Teresa, trägt heute noch den Namen der österreichischen Erzherzogin Maria Theresia. Die österreichischen Bemühungen endeten 1784 erfolglos. 1846 lief das Forschungsschiff Galatea auf ihrer Erdturmseglung die Inseln an. 1858 führte die österreichische Nowara-Expedition auf den Inseln Untersuchungen durch. Dänemark gab seinen Anspruch durch königliche Resolution von 1868 auf, wonach die Inseln nicht mehr als dänisches Hoheitsgebiet betrachtet wurden. Zu dieser Zeit propagierten die Berliner Kolonialenthusiasten Ernst Friedel, Otto Kersten und Franz Maurer unter anderem die Kolonialisierung der Nikobaren durch Preußen. Ein Jahr nach König Gretz versuchte diese Gruppe vergeblich, mit einem gemeinsamen Vorstoß das Interesse von Öffentlichkeit und Regierung auf koloniale Fragen hinzulenken. Jeder von ihnen warb in einer Broschüre für ein besonderes Kolonialprojekt. Anführungszeichen Sie veröffentlichten jeder ein Buch zu einem Überseegebiet, das ihnen für eine Kolonialisierung frei und geeignet schien. Maurer schlug in seinem Buch, das nach umfangreichen Studien unter anderem in Kopenhagen und einer Regenkorrespondenz mit der Brüdergemeine entstand. Die Nikobaren als Kolonie vor. Darauf entbrannte eine Debatte über die Machbarkeit zwischen Georg Ritter von Frau in Feld einerseits und Maurer sowie Karl Ritter von Scherzer. Andererseits, solche Erörterungen erübrigten sich, denn 1869 wurden die Nikobaren von Großbritannien vereinnahmt und britisch Indien zugeschlagen. Mit Nankora entstand eine feste Siedlung auf Karnikoba. Regiert wurde die geringe Bevölkerung der Nikobaren vom Chief Commissioner der Andamanen in Port Blair, der auf den Nikobaren durch einen Agenten auf Karnikoba vertreten war. Die Hauptaufgabe dieses Agenten bestand darin, die Verbindung zur einheimischen Bevölkerung aufrecht zu erhalten und für Recht und Ordnung zu sorgen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde dann der Agent durch einen Assisten-Kommissioner ersetzt. Zweiter Weltkrieg Im Frühjahr 1942 wurden die Nikobaren wegen der drohenden Besetzung durch die Japaner von den Briten verlassen. Die wenigen auf den Nikobaren stationierten britischen Offiziere bekamen den Befehl, sich nach Port Blair abzusetzen, um von dort aus mit den Briten der Andamanen zum indischen Festland gebracht zu werden. Auf der Fahrt nach Port Blair lief ihr kleines Schiff, die Sophie Marie, auf eine britische Mine und sank mit der gesamten Besatzung. Die Briten hatten in den Gewässern der Andamanen Minen gegen eine japanische Invasion gelegt. Die Japaner landeten am 13. und 14. Juni 1942 auf den Nikobaren, ein japanisches Marinehauptquartier mit der Bezeichnung 12. Marinebasis unter einem Vizeadmiral wurde auf den Nikobaren eingerichtet und fungierte, auch als Militärregierung für die japanisch besetzten Inseln. Das japanische Marinehauptquartier auf den Nikobaren unterstand dem japanischen Marinehauptquartier in Singapur, während die japanische Zivilverwaltung auf den Andamanen der 12. Marinebasis auf den Nikobaren unterstand. Die japanische Anwesenheit auf den Nikobaren beschränkte sich auf Karnikoba, da sich auf dieser Insel alle militärisch wichtigen Einrichtungen der Inselkette wie Hafenplätze und Flugpisten befanden. In den ersten drei Wochen auf Karnikoba bauten die Japaner unter Mithilfe der Einheimischen eine fast 100 Meter lang Landungsbrücke und eine Flugpiste mit dem Bau von Straßen wurde begonnen. Ab September 1943 begannen Luftangriffe der Alliierten auf die Nikobaren, da die Inseln als japanische Marinebasis den britischen Schiffsverkehr in der Bucht von Bengalen bedrohten. Zahl und Stärke der Luftangriffe nahmen im Lauf der Jahre 1944 und 1945 zu. Am 20. November 1944 versenkte das britische U-Boot HMS Telliho 30 Seemeilen östlich der Südspitze von Großnikoba den japanischen Hilfsminenleger Mafia. In dieser Zeit wurden im Seegebiet um die Nikobaren einige japanische Schiffe von britischen U-Booten versenkt. Vom 28. Juli bis 13. August 1945 wurden etwa 100 Nikobaresen von den Japanern wegen Spionage hingerichtet. Die Japaner glaubten, die gezielten Luftangriffe und auch Angriffe von Kriegsschiffen der Alliierten auf Karnikoba seien auf Lichtsignale der Einheimischen an, alliierte Unterseeboote zurückzuführen. Diese Lichtsignale wurden allerdings nie gegeben. Die Genauigkeit der Angriffe waren einer guten Fotoaufklärung mit Aufklärungsflugzeugen zu bedanken. Am 18. Oktober 1945 kapitulierten die japanischen Truppen auf den Nikobaren. Nachkriegszeit als Vorteil der Besetzung durch die Japaner stellten sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die Nikobaresen, die auch von ihnen selbst Meterbaute, Landungsbrücke, die Flugpisten und mehr als 60 Kilometer Straßen heraus. Mit der Unabhängigkeit Indiens 1947 endete die britische Herrschaft. Zusammen mit den Andamanen wurden die Nikobaren 1950 indisches Unionsgebiet. Ethnographie, die Ureinwohner der Nikobaren, die Nikobaresen und Schompen, sind im Gegensatz zu den Andamanern von Mongolider Erscheinung. Sie stellen trotz Zuzug vom indischen Festland noch fast zwei Drittel der Bevölkerung. Die indigene Bevölkerung lebte vor dem Tsunami 2004 in stattlichen Dörfern an den Küsten der Inseln. Das Meer war die Hauptnahrungsquelle. Die halb nomadisch lebenden Schompen der südlichen Inseln kennen den Gebrauch des Feuers nicht. Die Volkszählung von 2001 hat 380 Schompen ermittelt. Einzelne Inseln der Nikobaren und der benachbarten Andamanen waren Jahrzehnte von der indischen Regierung für Besucher gesperrt, um die Urbevölkerung vor unberechenbaren Einflüssen der Zivilisation zu schützen. Auch Forscher haben nur mit Ausnahmegenehmigung Zutritt. Touristen werden auf den Nikobaren nicht geduldet. Wichtige Objekte aus der Kultur auf den Nikobaren sind im Weltmuseum Wien aufbewahrt. Diese Sammlung stammt aus der Zeit Kaiserin Maria Adersias und ihres ältesten Sohnes Josef II., als die Nikobaren für knapp fünf Jahre österreichische Kolonie waren. Allerdings ist diese Sammlung seit etwa 2004 im Archiv des Museums. Das einstige Museum für Völkerkunde, 2013 umbenannt zu Weltmuseum Wien, wird seit 2014 neu gestaltet und soll 2017 wieder eröffnet werden. Es ist zurzeit noch nicht bekannt, ob dann die Nikobaren-Sammlung wiederzusehen sein wird. Sprachen Die nikobaresischen oder nikobarischen Sprachen bilden eine Untergruppe der Monkemeersprachen, die einen der drei Hauptzweige des Austro-Asiatischen darstellen. Die acht bis zehn nikobarischen Sprachen werden von rund 27.000 Menschen gesprochen. Die größte Sprache ist das auf K gesprochene Puh. Entgegen früheren Untersuchungen gehört auch die Sprache der Schompen zur nikobarischen Gruppe. Allerdings hat sie zu allen anderen den größten Abstand. Tiere und Pflanzen Die Inseln beheimateten eine Vielzahl nur hier vorkommender Arten. Auf Großnikobar wurde ein 1989 Dekasekunden-Biosphärenreservat Gretnikobar-Biosphäre-Reserve gegründet. Wichtige Pflanzenarten sind Die Palmenropaloblaste, Feigenbäume, Schraubenbäume, Stinkbäume, Prunkwinden Einzigartig und nur auf den Nikobaren finden sich Der Baum Phanzyaiae albocetavea Der Baum Nikobariodendrons leumeri Und die Orchidee Phalaenopsis specesa Wichtige Tierarten sind Leistenkrokodil Leder-Schildkröte Nikobaren-Spitzhörnchen Angbuana-Schanier-Schildkröte Netzpython Nikobar-Langschwanzmakak Nikobar-Rontaube Nikobaren-Kuckuckstaube Der Segler-Weißnis-Zalangan Der Singvogel-Flaggentrongo Falsches Skorpionfisch Glykolen-Anemonen-Fisch Und der zu den Zehnfußkrebsen gehörenden Palmendieb Punkt Weiterhin Die Schmetterlinge Tirumala-Limnice und Euble-Icor Weißzahnspitzmäuse Die Tiomen-Ratte Die zu den Großfußhühner gehörenden Nikobaren-Hühner Weißlippen-Bambusotter Die Fledermäuse Hipposiderus Atat Die Eisvögel-Storch-Schnabelist Und Dschungelfischer Sowie die Schleichkatze Lavenroller Der Tsunami von 2004 Und seine Folgen Dem verheerenden Tsunami vom 26. Dezember 2004 Hier sind nach offiziellen Angaben 4405 Nikobarisen zum Opfer gefallen Nach inoffiziellen Angaben hat ein Drittel der einheimischen Bevölkerung die Katastrophe nicht überlebt Insgesamt 8 bis zu 20 Meter hohe Wellen vernichteten fast alle Dörfer der Nikobarisen, die sich alle an den Küsten der Inseln befanden Manche Dörfer sind kaum noch zu lokalisieren Nach dem Tsunami wurde die Bevölkerung in höher gelegene Notlager auf den größeren Inseln zusammengeführt Einige kleinere Inseln wurden evakuiert Der Tsunami hat die reiche Kultur der Nikobarisen wohl weitgehend zerstört Die gut gemeinten Hilfsangebote zahlreicher zum Teil im Wettbewerb liegender Hilfsorganisationen Darunter USAID, World Vision, der Catholic Relief Services, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und die indische Regierung Trugen zur weiteren Destabilisierung der nikobaresischen Kultur bei Die soziale Struktur der Großfamilien, Clans und Stämme ist weitgehend zerbrochen Viele der älteren Menschen sind dem Tsunami zum Opfer gefallen und stehen nicht mehr für Rat und Führung zur Verfügung Auch die Geografie der Inselgruppe hat sich durch die Wucht der Erschütterung verändert Einige Inseln wurden verschoben und angehoben oder sind wie die Insel Trinket in mehrere Teile zerbrochen Die am stärksten verwüsteten Inseln sind Karnikoba und Shore Auf Karnikoba gibt es keine landwirtschaftlichen Anbauflächen mehr Die Bewohner beziehen ihre Nahrung von der Insel Little Andaman Seit dem Tsunami gab es weitere starke Erdbeben vor den Nikobaren Am 24. Juli 2005 mit 7,2 auf der Richterskala Am 10. November 2009 mit 6,0 Am 12. Juni 2010 mit 7,7 und 153 Kilometer westlich von den Nikobaren Militär Die strategisch wichtigen Inseln werden von der Indian Navy als Basis genutzt, was zu Konflikten mit der Urbevölkerung führt Militärflugplätze befinden sich in Port Blair und Karnikoba Im Jahr 2012 wurde mit Campbell Bay auf Gretnikoba ein weiterer Platz ausgebaut, die Indian Naval Station Barz Die dortige Start- und Landebahn kann von Flugzeugen bis zur Größe der Lockheed C-130 angeflogen werden, wie sie die Indian Air Force seit ca. 2010 betreibt Die dortige Start- und Landebahn